Hans, was ist das? Hat der böse Käfer schon weggeholt? Da liegen Käfer drin? Oder, was ist das? Wahrscheinlich Uferlampen. Also Energie... Insekten. Genau. Das ist in Deutschland verboten. Uferlampen? Nein, darf man nur in durchlassenen Bäumen verwenden. Warum? Na ja, in der Natur kommen Insekten vor. Die sind ja auch nützlich. Aber man weiss ja nicht, was es für Tiere sind. Aber ganz praktisch mit Solarbetrieben.